This is performative interactive installation in which we worked on an unfinished novel by Franz Kafka called America. We tried to tackle the topics such as boundaries, migration, conditions of labor, the topic of camp and the different forms of camp that exist today in our society. Karl sah an einer Straßenecke ein Plakat mit folgender Aufschrift. Auf dem Rennplatz in Clayton wird heute von 6 Uhr früh bis Mitternacht Personal für das Theater in Oklahoma aufgenommen. Das große Theater von Oklahoma ruft euch. Es ruft nur heute nur einmal. Wer jetzt die Gelegenheit versäumt, versäumt sie für immer. Wer an seine Zukunft denkt, gehört zu uns. Jeder ist willkommen. Wer Künstler werden will, melde sich. Wir sind das Theater, das jeden brauchen kann. Jeden an seinem Ort. Wer sich für uns entschieden hat, den Beglück wünschen wir gleich hier. Aber beeilt euch, damit ihr bis Mitternacht vorgelassen werdet. Um 12 Uhr wird alles geschlossen und nichts mehr geöffnet. Verflucht sei, wer uns nicht glaubt. Auf nach Clayton! Es standen zwar viele Leute vor dem Plakat, aber es schien nicht viel Beifall zu finden. Es gab so viele Plakate. Plakaten glaubte niemand mehr. Und dieses Plakat war noch unwahrscheinlicher, als Plakate sonst zu seinem Pflegen. Vor allem aber hatte es einen großen Fehler. Es stand kein Wörtchen von der Bezahlung darin. Wäre sie auch nur ein wenig erwähnenswert gewesen, das Plakat hätte sie gewiss genannt. Es hätte das Verlockendste nicht vergessen. Künstler werden wollte niemand. Wohl aber wollte jeder für seine Arbeit bezahlt werden. Für Carl stand aber doch in dem Plakat eine große Verlockung. Jeder war willkommen, hieß es. Jeder. Also auch Carl. Alles, was er bisher getan hatte, war vergessen. Niemand wollte ihm daraus einen Vorwurf machen. Er durfte sich zu einer Arbeit melden, die keine Schande war, zu der man vielmehr öffentlich einladen konnte. Und ebenso öffentlich wurde das Versprechen gegeben, dass man auch ihn annehmen würde. Denn da war es, was er dann hat sich auch mit ihm verletzt, dass er seine Welt in der Linke ausgewertet. Vielen Dank.